Wir aber erhöhen jetzt noch den Zuckergehalt und zwar, was heißt Zuckergehalt, den Süßigkeitengehalt und zwar tue ich jetzt noch ein bisschen Süßstoff da dazu und wie ihr im Titel lesen könnt, kommt auch noch eine Fritz-Cola dazu, bin ich mal gespannt, wie das Ganze so schmeckt So, kurz hier auflösen lassen Ja, ich bin mal gespannt Ist schon fast bitter Also, es gibt vielleicht Leute, denen es schmeckt, aber Diese Kombination ist nicht so meins, überhaupt nicht